Herzlich Willkommen bei Tarot bei Merlin. Mein Name ist Tirk. Ich grüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe Astrologische Highlights, die etwas kürzer ausfallen. Danke für die vielen Likes, die Kommentare, die Anfragen von euch. Ich hatte es gerade schon in einem anderen Video erwähnt, momentan fehlt mir die Zeit, das alles so voneinander zu bekommen. Es ist viel. Ich studiere wie gesagt nebenbei Psychologie. Das ist jetzt auch nicht gerade so, wie mal ich das Haus vom Nikolaus. Ist aber geiler Shit. Ich arbeite Vollzeit. Ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Ich kümmere mich um meine Tiere. Ich kümmere mich um Tierschutz. Neben all diesen Sachen mache ich das hier unentgeltlich für euch da draußen. Und deswegen finde ich es manchmal etwas, boah, wie soll ich das jetzt, kann man nicht nett formulieren. Also ich kriege das nicht bezahlt und ich bestimme, wann ich was mache. Und einige sind da etwas komisch unterwegs, aber man merkt das ja auch, wie viele Leute konsumieren, ohne ein Like da zu lassen, ohne nettes Kommentar. Man zieht raus, aber man gibt nichts. Und dann wundert man sich, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das habe ich schon mal in einem Video erwähnt. Ich meine, ich habe mir das ja selber ausgesucht hier. Aber nochmal, liebe Leute, also nicht die lieben, netten, hallo, sondern für die, die halt etwas ungünstig sich ausdrucken, so möchte ich es einfach mal nennen. Ich bestimme, wann ich welches Video mache, weil ich, du nix bezahlen mich. Und deswegen gehen die Sachen natürlich vor, wo ich meine Brötchen verdiene. Und das hier ist Hobby, das soll auch Hobby bleiben. Und ich mache das so, wie ich das zeitlich kann. Ich finde das auch schön, wenn Leute wirklich nett fragen, wie Nicole, glaube ich, hat das ja nett gefragt, wann dann die nächsten Legungen oder ob die geplant sind. Ja, natürlich kommen die Legungen alle noch, nur ich habe es echt momentan nicht geschafft. So, aber jetzt habe ich genug erzählt. Jetzt geht es nämlich einmal ganz kurz drum, wie es momentan dann so oben am Himmel aussieht. Ja, Pluto ist im zweiten Grad des Wassermanns und Uranus im zwanzigsten Grad des Stieres. Ja, und wir werden sehen, dass der Mond morgen über Mars und Venus wandert. Ja, und am Sonnabend, Sonntag vielmehr nicht Sonnabend, am Sonntag zum Neumond im Zeichen der Fische startet. Ja, was bedeutet dann diese ganze Planetensuppe? Der Mond ist aktuell im Wassermann. Der steht besonders aktuell für Gefühle von Freiheit. Ja, nicht begrenzt zu sein. Man sucht sich möglicherweise auch andere Menschen, die ähnlich unsere Gedanken teilen. Innere Freiheit, ja, Potenziale, die du in dir trägst. Und dann kommt, kennst du vielleicht auch die Frage, die dann da sein kann. Wie kann ich denn diese Potenziale einsetzen? Ja, Merkur läuft auf Neptun zu und zwar morgen um 16.06 Uhr. Die Sonne steht im 18. Grad in den Fischen und Saturn ebenfalls. Ja, es geht hier um Wünsche, aber auch um Erlösung. Erlösung in deinem... Dinge in deinem Leben, die du ganz gerne erlösen möchtest. Ja, ablösen, erlösen, dich davon trennen, weil sie dich eher herunterziehen, statt dich nach oben fördern. Und alles das ist momentan eine Energie, wo du schon immer deutlicher merkst, dass es hier Veränderungen von Nöten sind. Ja, es geht um deine Sehnsüchte, um deine Wünsche. Ja, dein Wunsch nach einem besseren, lebenswerteren Leben, erfüllterem Leben, so kann man es besser sagen. Ja, die Verbundenheit mit dir selber, die Selbstliebe. Liebst du dich? Liebst du deinen Körper? Wie gehst du damit um? Alles diese Punkte werden hier momentan bestrahlt. Ja, alles, was es auch in dir zu entwickeln gibt, wird auch nochmal reflektiert. Ja, es gibt deine Energie im Inneren zu erzeugen, aber ja, die Planetenenergie, die werden dich auch nicht gerade bei Struktur und Ordnung unterstützen. Neumond ist ja immer der Beginn der neuen Sonne-Mond-Zyklusgeschichte. Neptun steht aktuell auch im Zeichen des Witters oder ist jetzt auch gerade eingetreten. Aber hier gilt es ganz deutlich, die starke Betonung für den Wechsel im Zeichen der Fische. Da wird es also wirklich, ja, möglich, so eine Mischung zwischen innere Konflikte, Kampf, um sich zu behaupten in seiner Position, aber auch seine möglichen Ziele wieder erneut auf einem Silbertablett serviert zu bekommen, wo du einfach weißt, hey, da geht es wirklich noch voran, da muss ich noch was bearbeiten. Ja, heute Nacht ist der Mond in den Steinbock gewechselt. Also hier geht es auch nochmal um deine Selbstentwicklung. Und im Gegensatz zu vielen, die glauben, dass andere dafür verantwortlich sind. Nein, du bist der Kapitän auf deinem Schiff. Und das zeigt aktuell die Mondenergie ganz, ganz deutlich. Ja, ich habe das jetzt mal ein bisschen kürzer gemacht als sonst, aber alle relevanten Daten, Fakten sollten jetzt hier enthalten sein. Ich schaue nachher nochmal, ob ich noch einige Legungen heute schaffe. Am Wochenende habe ich es mir definitiv vorgenommen. Momentan ist es, wie gesagt, von der Zeit her etwas knippi-knappi, aber wir arbeiten dran und bleibt weiter hier mir treu. Denkt immer dran, Like, kleines Kommentar, wenn es ein scheiß Emoji ist. Das ist halt die YouTube-Regelung. Ja, dafür nochmal meinen herzlichen Dank. Ihr seid cool, ihr seid spitze. Ich kratze die Kurve und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Bis bald. Ciao, ciao.